Herzlich willkommen in diesem kurzen Schwachstellen-Video zum BMW der 3er-Reihe in der Generation G20, nämlich Stufenheck und G21 Kombi. Es wird sehr kurz, bis gleich! So, wie angekündigt, das Video könnte sehr kurz werden, außer der Herr Goop kriegt wieder einen Laberfilm, ich versuche mich zu beherrschen. Und zwar, dieses Auto, Quotation Marks, wenn er Scheckheft gepflegt ist, Warnführungszeichen auf Deutsch, Entschuldigung, dann sind diese Autos wie im Traum, wie im Schlaf, kaufbar. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Schwachstellen, die fräsen wir jetzt mal kurz durch und dann gehen wir entsprechend auf die Empfehlung, die man hier bei dem Auto einbehalten sollte, sodass du an ein sicheres Auto kommst. Also, wichtig ist zu wissen, dass BMW von der Generation E auf F alles richtig gemacht hat. Also, die F-Modelle abgeschlossen, sehr sicheres Auto. Allein, was die Schlüssel wiegen, ich finde es so geil. Ist das das richtige Auto, ja? Geht auch. So, also, nochmal zurück. BMW hat alles richtig gemacht vom E aufs F-Modell, also 2012. Ab da sind die Autos dermaßen gut geworden, dass klar war, wenn sie jetzt kein Mist bauen, dass die Nachfolgung der Generation, nämlich das G-Modell, nicht zu verwechseln mit dem G-Modell, Justin macht mal ein Bild rein, haha, dann ist hier richtig, richtig Party. Und sie haben etwas geschaffen bei dem Fahrzeug, was ich absolut geil finde. Jetzt ist er natürlich fertig hier für einen Kunden, war im Suchauftrag, lieber Max Punkt. Der hat sich für einen 330i hier entschieden, in einer affengeilen Farbe. Hier wirkt es grau. Draußen ist es eine Flipflop-Lackierung vor dem Herrn, aber ganz dezent, super geil. Auf jeden Fall haben die hier etwas geschaffen, was ich feiere ohne Ende. Und zwar, das F-Modell ist cool, ist bequem, ist komfortabel, aber hier hast du ein Go-Kart-Feeling, oder Niklas? Also, der ist gefahren, Niklas, im Rahmen vom 180-Punkte-Check. Wir machen das immer im Vier-Augen-Prinzip oder im Vier-Füße-Prinzip. Jedes Auto wird zweimal gefahren, vom zuständigen Verkäufer und auch von mir, wenn ich nicht da bin, Dominik und vice versa, so dass wir wirklich wissen, hier ist alles in bester Ordnung, die Reifen sind richtig gebuchtet und etc. pp. So dass wir alles rauskriegen. Und beim Fahren habe ich gedacht, Alter, ich bin dem mal am Anfang Probe gefahren, als der neue rauskam. Da war das schon gut, aber wenn du jeden Tag mit den F-Modellen zu tun hast und dann in ein G-Modell reinsteigst, die Dinger fahren so Go-Kart-mäßig, aber gleichzeitig komfortabel und bequem. Es ist total geil. Also, wenn du das Geld freimachen kannst, könntest für ein 2019er und Aufwärtsmodell, dann nimm das G-Modell. Nichtsdestotrotz haben wir hier beim G-Modell echt ein paar Schwachstellen, die betreffen aber hauptsächlich dieses tolle Infotainment-System. Und zwar hast du zum Beispiel Spotify, zickt Spotify rum, da gab es Softwareprobleme, wo du Spotify im Auto installiert hast, verknüpft hast und deine Familie, wenn du so einen Familienaccount hast, konntest du dann plötzlich nicht mehr hören, weil die App gesagt hat, dein BMW hört gerade Musik, jetzt geht es gerade nicht. Also das sind natürlich so Bewandtnisse, wo man sagt, kann man das nicht besser machen? Ja, es ist alles in den Kinderschuhen, finde ich, also die Apps in dem Auto, die App, die du auf dem Handy hast. Und auch da ist es so, ich weiß noch als IT-Berater, dass BMW riesengroße IT-Projekte gestartet hat und da auch, gelinde gesagt, ein kleines Chaos verursacht hat bei den ganzen Projekten, was die Elektromobilität angeht, was die App-Steuerung für Klima beziehungsweise Informationen zum Auto und Zurückschicken. Also das ist eine Heidenarbeit, das ist ein Riesenaufwand, du hast da brutal viel zu beachten, auch Gesetzeslagen und die richtigen AGBs für die Kunden schreiben und so weiter und so fort. Und so ein deutscher Hersteller macht das auch richtig. Ja, also der ist nicht wie der Ami, der dann sagt, mir alles egal und gut ist, ja, sollen sie mich doch verklagen, ich habe Milliarden auf dem Konto und dann schöpfen wir mal hier einen Legal-Topf an. Also hier ist entsprechend wirklich drauf zu achten. Teste das Infotainment ausführlich, ob das funktioniert. Mein Tipp ist, verbind Apple CarPlay oder Android Auto und dann hast du Ruhe. Diese, ich sage mal, integrierten Themen in den Fahrzeugen, das kann niemals so gut sein, wie Google und Apple in ihre Produkte und die App-Entwicklung auf den Geräten selber reingesteckt wird. Ein Automobilhersteller bei aller Liebe wird es nicht schaffen, die gleiche Geschwindigkeit auch an den Tag zu legen, wenn es Änderungen gibt. Also von daher empfehle ich unseren Kunden immer, wir achten drauf, dass wir Apple CarPlay fähig sind bzw. Android Auto fähig sind und damit bist du in die Zukunft gewappnet. Alles, was die Dinger so an sich können oder die digitalen Tachos, ja, es sieht schick aus, aber das, was ich mir als ITler hier bei einem Digital-Tacho wünsche, dass ich mir Apps und Widgets runterladen kann und die in mein Digital-Tacho reinmachen kann, das geht nicht. Oder noch nicht. Und das ist natürlich dann so ein bisschen, du gut, dann kann ich auch einen analogen Tacho nehmen, weil da verändert sich auch nichts. Nur, dass da tolle Animationen sind, das sind die ersten sechs Monate, ist das cool. Aber ansonsten, schlecht. So, jetzt ist es natürlich so, wir haben für euch und Justin macht mal so ein Video am Rechner, wo wir mal durchscrollen, wir haben mal ganz viele 3er-BMWs der Generation für euch angeguckt. Die Autos sind alle störungsfrei in der Handelsbörse drin. Das passiert eigentlich nicht, weil Handelsbörse ist schon oftmals, gerade wenn man da jetzt hier am späten Vormittag reinguckt, das ist Reste-Rampe. Also das, was noch da ist, ist zwar da, aber das, was frisch reinkommt, wie bei den Immobilien, das wird sofort gehandelt und versteigert und weg ist es. Aber hier, am G-Modell, da sind überhaupt keine Autos mit Schäden drin. Also technische Schäden, das heißt irgendwie Motor, wo man irgendwas klappert, einen Auspuff oder sonst irgendwas. Also BMW hat da hoffentlich, gut, die Autos sind jetzt mittlerweile drei Jahre alt und die gibt es auch mit 200.000 Kilometer plus, so Vertreter-Diesel-mäßig. Die Autos sind dermaßen geil. Aber ihr seid gefragt, schreibt in die Kommentare, was bei eurem G-Modell alles kaputt gegangen ist. Nicht, dass wir jetzt hier eine Falschinformation obliegen. Aber wie gesagt, bei uns in der Flotte, Flotte bedeutet, alle Leute, die so ein Auto jemals bei uns gekauft haben, melden sich nicht. Das sagt mir immer, wir haben alles richtig gemacht, das Auto funktioniert und alles läuft störungsfrei. Nichtsdestotrotz, gerade bei BMW muss man ein paar Sachen wirklich beachten und zwar ohne saubere Historienanalyse und das können wir auf jeder Fahrgestellnummer, können wir gucken, was in der Historie passiert ist und Unfallanalyse, also hat dieses Auto jemals in Europa irgendwo einen Schaden gehabt oder im Ausland, also USA und so weiter, dann solltet ihr so ein Fahrzeug auf keinen Fall kaufen. Da gibt es so viele Betrüger draußen, dass das ganze Heck hier mal weggefressen war von einem Unfall und dann steht es wieder schick da und ihr habt dann das Problem, dass hinter die Hinterachse zittert. Hier oben verlinken wir euch mal das Video zu einem US-Import 5er BMW, wo mir schlecht wurde, als ich unter dem Auto stand, weil da wirklich alles verbogen war und das ist dann auch nicht mehr fahrsicher an der Stelle. TÜV, was sagst du eigentlich dazu? Egal. So, also hier, an den Fahrzeugen könnt ihr einfach sicher sein, wenn digital alles hinterlegt ist und es alles passt, habt ihr ein sehr, sehr zukunftssicheres Auto. Ihr solltet nichtsdestotrotz wirklich auf die Verschleißteile achten, also es ist oben alles schick, aber ihr müsst euch auf jeden Fall bücken und deswegen haben wir auch immer so Klamotten an, die dann gerne dreckig werden können und so weiter und wir schwitzen und arbeiten und tun und machen, weil einen Anzug anziehen kann jeder und das Auto präsentieren, aber wichtig ist, was in der Technik los ist. Wir haben hier ein 330i, haben hier natürlich ordentlich Dampf an der Kette, also muss euer erster Blick logischerweise auf die Bremsen, Bremsbelag gehen und Reifen und Reifenprofiltiefe. Ganz wichtig ist hier, sobald ihr einen Allradantrieb habt, dass ihr einen entsprechend guten Reifen drauf habt und vorne und hinten die Reifen nicht unterschiedlich sind und auch die Abfahrhöhe vom Profil nicht so arg unterschiedlich ist. In den Büchern steht drin, bezüglich Differenzial, wenn die Profilhöhen vorne und hinten zu stark abweichen, hat das Differenzial zu viel Differenzarbeit zu leisten und geht frühzeitig kaputt. Also geht euch ein Diff kaputt und kommt ihr mit nicht BMW-fähigen Reifen oder für die Fahrkonstellation fähigen Reifen, kann es sein, dass sie die Garantie sogar ablehnen. Also darauf ist extrem zu achten. Klar, Auto kommt jetzt aus 2019, also sind die Reifen dann auch aus 2019, sind noch die ersten, aber Auto hat erst 30.000 Kilometer und dann muss es auch mal Winter gefahren sein, weil das Profil hier ist noch bei. Hast du es gemessen, Justin? 5-6 Millimeter? Genau, also unser Auslieferungsstandard sind mindestens 4 Millimeter und Reifen vom Alter und vom Gesamterscheinungsbild so, dass man damit die nächsten Jahre noch was mit anfangen kann. Genau, klar, optische Sachen wie Kratzer und Dellen und so weiter, das könnt ihr alle selber gucken, das ist überhaupt nicht das Thema. Nichtsdestotrotz, wir haben immer mal wieder Leute, die sagen, ja, wenn ich jetzt bei der Firma Race to Go ein Auto kaufe, das ist ja nicht so günstig, wie das Billigste im Netz. Ja, ist so und das können wir auch erklären. Wir machen mal ein Bild rein, hier, das war ein relativ neuer 540i, wo man sagen kann, ja, das Offset ist mir ein bisschen zu groß von dem, was der Händler um die Ecke oder der Kieshoff-Händler anbietet oder auch mal ein BMW-Händler und zu den Preisen von Race to Go. Wir haben in dieses Auto über 3.300 Euro netto. Dieses Fahrzeug hat der BMW-Händler vorher die Radschrauben mit über, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Newtonmeter weggeballert, ja, die gingen nicht mehr runter. Rostlöser, stundenlange Arbeit, die Felge ließ sich nicht mehr hier von der Radnarbe lösen. Prost Mahlzeit. Und dafür möchtest du dann gerade stehen, den Ärger möchtest du haben? Hm, glaube ich nicht. So, also Aufwand war, Felge erstmal abnehmen, aufsägen, auftrennen, dass man hier an die Radbolzen drankommt, um die zu öffnen. Dann nächstes Thema, logischerweise neue Felge besorgen. Eine Felge, nicht vier. Im Viererpack gab es die immer, neu bestellen ging nicht. Also da hat man richtig Party, eine Felge zu besorgen. Natürlich hatte die Bordsteinschäden und dann musste die hier, also nicht der 3er BMW hier, Max Punkt, keine Sorge, der ist Tico Tago in Ordnung. Dann musste man halt hier den Hochglanzbereich nochmal abdrehen und das Bett, weil die Felgenfarbe anders war, muss man das komplette Felgenbett neu lackieren. Allein aus der Erzählung heraus, das wird schon ganz schön teuer. Und dann haben wir vor Ort festgestellt, Mensch, die Bremse vorne ist, die Bremse vom 5er BMW, die kosten die Teile, allein 900 Euro netto. Ja, die musste dann logischerweise auch gleich noch mitgemacht werden und Bremsbelag und vier neue Reifen drauf. Und jetzt zum Thema, hier ist das Offset zu groß, ja, dann kümmere dich selber drum. Also ohne Witz, die Fahrzeuge werden sauber eingepreist, ihr zahlt dann nie mehr, als wir am Telefon euch sagen, im Rahmen vom Suchauftrag. Und dann ist auch alles tipptopp gemacht und die Felgen gehen auch runter und rauf und ihr habt keinen Stress beim nächsten Radwechsel. Also, das zum Thema, naja, günstig kaufen, Kennt er, dann kauft man zweimal. Also, kauft lieber gleich bei uns. So, dann wieder zurück zum G-Modell. Sorry für die Werbung, aber ist mir gerade eingefallen, regt mich tierisch auf, wenn es dann heißt, ja, das Auto ist mir jetzt aber ein Tausender zu teurer. Bei der Fahrzeugklasse ist ein Tausender nix. Das ist mal schnell weggeatmet im Rahmen von irgendwas, was im 180-Punkte-Check gefunden wird. So, und wenn dieses Auto L als drei Jahre ist, gibt es bei uns Vollgarantie. Wie Herstelleranschlussgarantie, richtig gehört, such mal einen Markt ab und zeig mir einen Händler, der eine Vollgarantie für ein Auto anbietet. Gibt es wenige, gibt ein paar, aber hier ist der transparenteste. Also, ihr merkt schon, ich labere ein bisschen drum rum, weil dieses Auto hat keine Schwachstellen. Ihr seid gefragt, schreibt das mal in die Kommentare. Es ist tatsächlich so, die Steuerketten sind besser, die Dieselmotoren sind besser, es gibt Injektoren bei hohen Laufleistungen, die muss man tauschen, es gibt AGR-Ventile, die müssen mal gereinigt werden bei sehr, sehr hohen Laufleistungen. Das gibt es schon so bei dem klassischen Vertreterdiesel. Aber ansonsten, überlegt euch, was ihr für eine Ausstattung wollt, was ihr für Farben wollt, ruft hier an unter der eingeblendeten Telefonnummer oder startet gleich euren Suchauftrag unter www.race2go.de slash Suchauftrag. Wir kümmern uns gleich um euer neues G-Modell und dann, ich muss immer an den Mercedes denken, sorry, also G20, G21 und dann könnt ihr so ein schönes Auto bald euer eigenen nennen. Immer vollgetankt, zugelassen, mit über 180, 190 Punkten durchgeprüft, Reifen so, dass ihr mindestens ein Jahr und Bremse, dass ihr ein Jahr mindestens 10.000 Kilometer fahren könnt. Ich freue mich auf euch. Lasst mal ein Like da, lasst mal einen Daumen da, lasst den Kanal wachsen, dass auch andere davon profitieren, wie ihr auch hier in die Kommentare reinballert. Mein Name ist Tom, ich schwitze, ich weiterarbeiten. Bis dann.